Du fragst dich, was das RS-Flipflop sein soll und was das mit Digitaltechnik zu tun hat? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir zeigen dir seine Funktionsweise. Du willst ganz viele kostenlose Videos zur Elektrotechnik? Dann komm auf studyflex.de! Das RS-Flipflop oder auch Rücksetz-Setz-Flipflop ist die einfachste Art eines Flipflops. Es kann dir auch als SR-Flipflop über den Weg laufen. Grundsätzlich gehört das RS-Flipflop zu den taktunabhängigen Flipflops. Das heißt, es hat keinen dritten Takteingang C und reagiert jederzeit auf die Eingangssignale. Das Schaltsymbol für das RS-Flipflop sieht folgendermaßen aus. Es besitzt zwei Eingänge R und S, die Einfluss auf den Output Q nehmen. Das Eingangssignal S ist für den Zustand gesetzt nach dem englischen Z zuständig und das Eingangssignal R für den Zustand rückgesetzt von Reset. Der zweite Output, nicht Q, entspricht dem umgekehrten Q-Signal. Schauen wir uns doch einmal die Wahrheitstabelle dazu an. Haben wir ein High am S-Eingang und ein Low am R-Eingang, ist der Zustand gesetzt. Ist das High am R-Eingang, wird der Ausgang Q zurückgesetzt. Sind beide Eingänge auf 0, ist das der sogenannte Speichernzustand. Hierbei bleibt der Ausgang Q unverändert im vorherigen Zustand, also entweder High oder Low. Werden beide Eingänge auf H-Pegel gesetzt, heißt der Zustand nicht speicherbar. Dies ist ein unerwünschter Zustand und wird auch als unbestimmt oder verboten bezeichnet. Das Ganze kann man sich auch an einem Zeitimpulsdiagramm ansehen. Wie du erkennen kannst, wird Q mit dem ersten Impuls von S gesetzt und beim zweiten Impuls diesmal von R rückgesetzt. Sehr schön! Damit hast du das Grundprinzip auch schon verstanden. Eine beliebte Variante des RS-Flipflops wird aus NOR-Gattern zusammengesetzt. Die Grundschaltung wird dabei auch oft als NOR-Flipflop oder NOR-Ledge bezeichnet. Das NOR-Ledge wird aus zwei NOR-Gattern zusammengeschaltet. Allerdings müssen die Flipflop-Ausgänge miteinander vertauscht werden, damit sich ein RS-Flipflop ergibt. Das ist die klassische Darstellungsweise eines RS-Flipflops. Das Schaltungssymbol kennst du ja schon vom Anfang des Videos. Klasse! Nun schauen wir uns noch die zweite wichtige Darstellungsweise an, das NAND-Flipflop oder auch NAND-Ledge. Wie du erkennen kannst, wird das Flipflop durch zwei parallel geschaltete NAND-Gatter gebildet. Aber Achtung! Die Outputs müssen noch jeweils mit einer Nicht-Funktion umgedreht werden, bevor sie zusammengeschaltet werden. Das ist das Schaltsymbol eines NAND-Flipflops. Du erkennst es an den invertierten Eingängen. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt weißt du, wie ein RS-Flipflop funktioniert und wie du es mit Hilfe von anderen Logik-Gattern bauen kannst. Du willst ganz viele kostenlose Videos rund ums Studium? Dann komm auf studyflex.de So verrитесь mit einer�oh voorz Europexsしく wieder deutlichen N�央 motorcycle. Dann werden wir die F So It tease. Okay, also beimflipflop!